So Leute, Grüßt euch und hau die Herde zum VLOG 239 heute am Montag, der 5. Juni, wie ihr gerade geschaut habt. So, wieder wunderbares Wetter heute den ganzen Tag schon. Und das Molz hier, da war ein paar Wolken zu und es fängt zum Rennen an. Hammer! Also so ein kleiner Gewitterschauer, aber da wo ich jetzt fahre, ist noch gar nichts. Und bei uns hinter da hat es jetzt schon ein bisschen mehr geringet. Also, tut es ein bisschen mehr. Ja, ist auch mittlerweile schon wieder, ja es ist komisch. Es ist schon wieder bitter nötig, dass es mal was regnet. Weil es jetzt, also jetzt gefühlt sagen wir mal zwei Wochen nichts mehr daran hat. Und mit diesem immer bock trockenen Wind, wo es ja der Ostwind, wo man die ganze Zeit handelt, gell? Und alles, das trocknet aus. Es ist frucht. Also, du darfst es gerne mal rechnen. Aber, ich glaube es ist ja schon wieder überall so, oder? Überall in fast allen Regionen ist es schon wieder trocken. Also, ich weiß nicht, jammert mir bloß so viel, oder ist es wirklich, dass es mir dieses Extreme mehr wird, gell? Also, dahinter werden wir jetzt ein bisschen. Also, daheim könnte es sein, dass er mal ein bisschen nass wird. Aber, viel ist das auch nicht. Das ist so fünf Minuten der Regen und dann ist wieder rum. Aber, wenigstens nicht passen. Äh, ja. Okay, gut. Jetzt am Montag, ja. Was tun wir nach dem Meer, nach dem Heiben? Beschüttern. Und da ja, wie letztes Mal, oder? Haben wir ja heuer gesagt, hätte erster Schnitt. Alles gut verlaufen. Gute Menge. Gut Wetter gehett. Hat alles gepasst, gell? Und, ja. Und jetzt tun wir halt, wenn danach noch mal ein bisschen abschüttern. Da, nicht da. Kommen wir mal gerade da her, da habe ich schon abschüttert. Das habe ich noch am Samstag so, so zwischen den Neupassen gemacht. Und jetzt die größere Wiese, da, nicht da. Äh, die fehlt noch. Das sind noch gute vier Hektar, die machen wir jetzt noch. Da fahren wir rein. Da rein. Ja. Fußwerk rein. So. Hoppala. Wieder ein Loch gefunden. Das haben wir ja letztes Mal schon gelacht, gell? Aber jetzt war es ja wieder woanders. Jetzt ist es woanders. So. Äh. Ich meine, ja, was? Was gibt es zum Schütten, zum Sagen? Eigentlich nichts, gell? Das ist ja alles schon... Alles schon besprochen. Was gibt es zum Sagen? So schaut es da aus. Da habe ich schon. Da fehlt noch ein bisschen. Ja, ja. Ein paar Fassen zu fahren. Und dann hat es das. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Das ist ja das, das ist ja das, das ist ja. Ja, das ist ja das. Mein geliebter Mescha-Verteiler, das ist halt einfach eine super Maschine, die wir bald machen dürfen. Ja, wenn der gerade soweit ist, ja, ich weiß noch nicht, was ich in Zukunft machen will. Also wir haben ja unser, dieses Gemeinschaftsfass, oder, wo wir mit, ich weiß nicht, wie wir sind, 15, 16, 18, bauen, jetzt haben wir da dieses Fass nochmal zu probieren und das halt einfach einmal zusammen da gekauft haben, als Maschinengemeinschaft, oder? Ja, aber das ist natürlich ja nichts. Dann, wenn es verpflichtend ist, nur noch Schleppschlag zu fahren, dann funktioniert das ja nicht. Dass da alle, alle mit diesem kleinen eigenen Fass da irgendwie am Rand sind, also das funktioniert nicht, das ist ja eh klar. Da werden wir schon irgendwie noch eine andere Lösung finden. Also, ich gehe ja davon aus, dass, sagen wir mal, die größeren Betriebe, wo da dabei sind, die werden sich sicher da selber mechanisieren und selber es gibt noch. Haben sie teilweise auch schon, aber nutzen sie heute und ja, je nachdem. Und dann bleiben halt noch die kleinere übrig. Jetzt ist halt die Frage, wie viel sind das und funktioniert das dann? Weil jetzt noch mehr, jetzt will wahrscheinlich jeder fahren. Ist ja klar, oder? Ja, jetzt warte, dann haben wir ihn gerade noch leerspritzken lassen. Dann kann ich da wieder, naja, nach dem anderen. So. Ja, auch wenn es jetzt, angenommen, noch zehn so Kleinbetriebe sind, wie meiner ist, oder? Aber das trotzdem funktioniert das mit allem Fass da. Das ist jetzt noch eine spannende Herausforderung, wie das jetzt in Zukunft ausschauen wird. Also, ich kaufe tue ich auf keinen Fall was, ich investiere in die Güldertechnik gar nichts oder ich habe keinen Bock getragen. Kein Bock, kein Geld für das. Nö, das will ich einfach getragen. Mache ich nicht. Jetzt gibt's halt die Frage, ja, klar, da unten jetzt andere Investierer da und dass man dann irgendwie eine andere Technik ausleihen kann. Das ist eine Möglichkeit. Oder, dass man sagt, es ist jemand da, der sich selber was gekauft hat und der hat noch Zeit. Ausleihen will er es nicht, aber er fahrt dann für mich. Würde ich auch eitern. Äh, ja, das, das denke ich, das sind einfach noch Sachen, wo jetzt so geklärt werden müssen. Jetzt so im Laufe des Jahres, würde ich jetzt mal sagen, würde ich mich da schon mal ein bisschen mit meinen Kollegen, je nachdem, so werden da so gerade verwischt, äh, mal unterhalten mit denen und schauen, was sie da vorhanden und ob man da irgendwie so eine Lösung finden könnte. Das wird dazukommen. Ganz mein Fass hergebe, würde ich natürlich jetzt, weil ich darf die Flächen, wo oben aus sind, auch zum Beispiel die Flächen, wo man letztes Jahr mit dem, äh, mit der Gülleverteilung und der Güllverschlauchung gemacht hat, diese ganze Fläche oben aus, darf ich, dürfte ja weiterhin noch mit dem fahren, weil das ja ab einer bestimmten Hangneigung mit Schleppschlauch nicht der Fall ist, und da fällt das, die Fläche mal raus, also die darf ich noch selbst fahren, wenn ich sehe, ja, und alles andere, was halt in der Ebene ist, oder einigermaßen eben, das wird mit Schleppschlauch gefahren, ja, ne, und so schaut das jetzt aus im Moment, und, ja, also, ich würde euch da, wenn es dann da mal was Neues gibt, oder so, würde ich euch da informieren, was ich da mache, oder wie wir das machen kommen. Aber jetzt fahren wir einmal mit meinem geliebten Mescher noch zu lang, und noch länger. So, jetzt auch, oh, Gott. Ganz gute Hölde am Start. Ja gut, also soviel mal da dazu, nachher sehen wir schon, wie das da sich weiterentwickelt. Ich fahre jetzt weiter einmal mit, Und dort ist immer noch die Strasse nass. Ein bisschen was sieht man noch, da hinten. Jetzt noch ein bisschen lenken. Da wo der Berg ist, da hinten ist es reingekommen. Und ein bisschen hängt es da hinten noch. Bei uns, da fängt es jetzt auch langsam die Strasse nass zu werden. Also hat es, daheim hat es ein bisschen geringer. Aber sowieso schaut nur ein bisschen. Aber mal schauen, die nächsten Tage hat er eigentlich auch immer wieder mal so Möglichkeiten von quitter. Also schauen wir mal, ob es was tut oder nicht. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik 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 Sagen Sie noch was gegen meine Nacht? Sehr gut! Musik 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 eine andere Baustelle heute. Unsere Kinder bringen alles fertig. Hammer, Hammer. Eigentlich noch ein guter Reifen. Also heute unter anderem, heute habe ich mehrere Sachen. So kleine Kalken da, wo was kriegt, da was kriegt, da was kriegt und so weiter. Um zwei komme ich an unseren KitKartagplatz und sehe, jawohl, fall um, dass der Plakfuss hat. Die Kitties stellen sie bloß wieder ins Eck rein und sagen nichts. Ich weiß nicht, wie lange der schon steht. Aber jetzt weiß ich nicht. Also erstes Reifen wechseln. Reifen müsste ich normalerweise noch da haben. So und wenn wir schon dabei sind, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und zwar die Anhängerkupplung funktioniert auch nochmal. Sieht man ja schon, alles total verbogen und irgendwie auch nochmal so ganz fit. Und was dann noch nicht fit ist, ist der Sitz. Der Sitz, sieht man da, die Lächer. Kann man den verstellen. Plus die ganze Haltung ist schon so ausgelüllt und ausgeschlagen und ausdenkt. Also das bräuchte auch mal dringendst gescheiter Pflege. Und hinten reinstecken, so. Und ich sage mal so. So ist es zum draufhocken, so schlimm ist es nicht einmal, gell. Aber es sollte halt auch mal gemacht werden, ja. Und sollen wir uns da jetzt einmal schauen, ob das was wird oder nicht. Also jetzt fangen wir mal mit den Reifen zuerst einmal. Flicken brauchen wir deren auch nochmal. Und deren auch nochmal. Flicken passieren. Flicken brauchen wir dir. Flicken helfen. Das war's. Aja, mal. Aja, mal. Aja, das ist es. Aber das sind diese. Diese hochwertige Schleich. Die machen da schon gleich ein Ding. Aber was willst du für 10 oder 12 Euro Mantel mit Schlauch? Was willst du erwarten? Made in Pakistan oder Indien oder irgendwo. Da ist die Anhängerkupplung. Für zum Anhänger anhängen. Normal hängt man den da ein. Aber irgendwelche haben sie halt da rein gehängt. Und dann hat sie das da an der Seite alles rausgebogen. Also, jetzt machen wir das ein bisschen sauber. Schweißen das da wieder ein bisschen an. Und schweißen am besten da hinten irgendwas drauf, dass man da mit dem Hänger noch mal rein geht. Sondern, dass man da rein geht. Bolze oben rein. Fertig. Schauen wir mal. Olha kurz. Das war die gute Lösung. Wir nehmen jetzt ein bisschen derusto. seit October 19 April 19 April 19 Everin die ganze Zeit, Nehmen wir hier mal eine Brille, gell? So, ein Teil, Anhängerkupplung fertig, einen kleinen Bolzen gemacht, im Provisorium, weil der ist maximal zwei Monate da, dann liegt der irgendwo und wird verloren, darum, da machen wir halt weh, also Bolzen, ausserum habe ich das ja fest, das ist jetzt noch ein bisschen warm, ausserum fest, schweiß, dass das so bleibt und hinten müssen wir noch ein kleines Steg rein, dass man der Anhänger nicht mehr da rein hängt. Also, jetzt müssen sie da unten anhängen. So, okay, jetzt, das war das Erste. Und jetzt, das ist das große Problem, weil man sieht, diese vier Ecke, die sind total ausgeschlagen und auch der Ding, der Sitz ist ausgeschlagen und das ist halt einfach, ja, das Material ist halt zu dünn. Da sieht man auch den Sitz ausgeschlagen. Da würde ich jetzt als erstes, denke ich, einmal den Sitz ein bisschen aufschweißen und dann wieder abflexen und dann schauen, aber, oder sogar vielleicht ein bisschen mehr draufschweißen, sodass es dann ein bisschen am Buckel macht, dass es dann, schauen wir mal. Und wenn es bloß ein bisschen besser wird, das muss ja jetzt nicht perfekt sein, weil sonst müsste man da, ja, was müsste man sonst machen? Links und rechts ein schmales Eisen und dann, und da querrum dann auch so ein Stückchen rein schweißen und das, das dann da, fünfmal ober, fünfmal unter machen. Das ist gerade aufwendig, gell? Oder, man sollte so fertig laser geschnittene Vierecke haben, das wäre, das wäre praktisch. Dann könnte man die Vierecke bloß da drauflegen, zack, links und rechts, ein bisschen abpunkten, dann hebt das, und so was wärs. Wäre auch jetzt schlecht, aber jetzt probieren wir mal das. So, ich habe jetzt auch noch ein Professorium gemacht. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ich habe da so sechs mal sechs Vierkantprofile noch ein bisschen was gehabt, und da habe ich jetzt einfach mal probiert, das, ja, so drauf zu machen, dass das einfach noch mal ganz so schwanzert. Jetzt habe ich das so passend drauf geschweißen, und dann dagegen auch noch ein bisschen, und ich habe bloß mal so viel Material gehabt für zwei, weil, ja, und, aber das sind jetzt so die gängigsten, was für Kinder eigentlich gefällt. Können wir uns jetzt mal anschauen. So, so war es vorher. Und so ist es jetzt. Also, um einiges besser. Nicht richtig gut, aber für das reicht es. Jetzt tun wir es noch ein bisschen lackieren, und dann ist es gut. So. 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 Kann wir das jetzt drücken, oder hauen wir gleich der Lack drauf noch? Das drücken wir doch oder? Das drücken wir doch oder? Der drücken noch ein bisschen überlackieren. Hehe. Nein, passt schon. Du gell, da wird kein plötzlich gemacht mit meinem Zeug Wein. Ich habe es nicht gezeigt, aber das der Ritter, haben sie schon komplett zusammengerissen. Zusammengerissen und zusammengefressen. Und jetzt müssen wir es einmal neu machen. Ja, mit Draht drauf und so weiter. Als Sicherheit habe ich schon mal vor längerer Zeit einmal den Baum ein bisschen mit so einem Trock vielleicht einpacken, dass die, wenn sie irgendwann doch mal durchkommen, wenn sie drinnen fressen und den kaputt machen. Die Hundlinge, die sind schon alte Schädlinge. Also, die fressen halt schon Eisdampf. Wie ist es der? Brennholzesel. Und hier, das da anschauen, ja doch, das ist okay. Ja, denn ein Brennholzesel machen wir jetzt ein neues Ding da außen rum. So, und das geht los. So, und an? So, okay. So, das geht es aber. So, dass ich jetzt dir noch nicht umzusetzen? So, ich tue mich. So, du Lot, wenn weit tauch los Mercury oder mit wir mit, komm her aus 하면 sollte her werden. So, ich kann jetzt mal spielen. So, der nachts nur meinячiger Moment. So, ich war Colon. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Sieht doch sehr gut aus. Komm, da ist abgenommen von euch. Mal schauen, wie lange es hält. Bis das Damm fressen ist. Der ist dort schon bereit. Wenn du weg bist, wird er gleich runter. Der hat vor allem schon einen Haufen angefangen zu fressen. Ach so. Du. Sack du. Die Endabnahme ist schon da. Er hat schon alles untersucht, ob es irgendwo gut ist oder nicht. Aber, also oben habe ich als Bier das ja nicht. Da ist noch Stacheldraht da gewesen. Und da habe ich jetzt keinen. Jetzt schauen wir mal. Da lassen wir es auch mal noch. Bis sie dann anfangen zu fressen. Weil die, die haben wir hier hinten auf dem Haufen liegen gehabt. Haben sie da schon angefangen zu fressen. Also wahrscheinlich wird es schon gleich losgehen. Also würde ich doch noch mal unter Auna Stacheldraht nachmachen. Aber jetzt lassen wir es erst einmal so. So schaut es jetzt einmal nicht ganz schlecht aus. Und, ja. Haben wir wieder da drum gemacht. So. Wieder ein Teil von meinen vielen kleinen Arbeiten, was ich zu tun habe. Jetzt machen wir ein bisschen Ohrenmassage. Dann hat er wieder mehr Kraft und der Haag wieder zampft. Jetzt machen wir so aus. Um, das ist einfach so aus. Okay. Oh, my gosh. Um, okay. Um. 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 Okay? Ja. Du haltest weg, Patu. So, jetzt ist gut. Oder? Ja. Das war's für heute. 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 Warum, gell? Also, ich hab alles gemacht. 10 Katze raus. Ob er versoffen ist, ein Ausblasen, alles und ein Luftfilter und alles. Jetzt geht er wieder. Also gut, dann tue ich jetzt am Nachmittag mähe ich jetzt noch fertig. Und ich weiß jetzt noch mal, ob ich das Gästen oder was ich da erzählt habe, warum ich das mache. Ihr seht ihr ja. Das ist der Hennenauslauf. Ja, da ist eine kehrige Wildnis. Die findet schon bald gar nicht mehr zurecht. Weil die laufen da schon so einzelne Werke da durch. Und das mache ich jetzt einfach. Jetzt tue ich noch ein bisschen nachmähen. Tue die Werke ein bisschen breiter mähen. Lass aber immer noch ein altes Gras standen. Dass sie ein bisschen einen Schutz haben vor... Ja, wir haben auch oben. Der Milan fliegt immer umeinander und schaut. Und so, dass sie sich ein bisschen verstecken können. Und ein bisschen... Ja, genau. Und das mache ich halt jetzt. Gell? Ich würde sagen, dann tue ich jetzt das Ding da nachstellen. Dann können sie dann ein bisschen zuschauen, wie ich da mache. Und dann denke ich, was das für das Video. Bis auf eins noch. Und zwar möchte ich mich noch bedanken. Sebastian, bei dir. Ich habe mal wieder ein Paket gekriegt. Von meiner Amazon Wunschliste. Und da war was drin von dir. Vielen Dank dafür. Und natürlich auch noch für diese Handyhalterung mit Saugnapf für den Traktor. Weil ich doch letzten Tag gesagt habe, ich tue da immer Videos schauen beim Dings. Aber habe keine gescheite Halterung da drin. Hat er gleich, hat er mir eine geschickt. Saugut. Also Sebastian, vielen Dank dafür. Gell? Okay. Dann würde ich sagen, war es das für das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und jetzt dürfen wir ein bisschen beim Mähen zuhören, ob ich das da recht mache. Wenn er läuft. Und wenn er nicht läuft, dann ist jetzt Ende. Gell? Dir zeige ich es. Und da habe ich die Ehre bis nicht gewonnen. Ja, Johann. Du sagst es. Wir werden jetzt jetzt Schiss hauen. Der ist schon dahinter, rennt schon mal an. Und... Und... Okay. Das ist das Ende. Und... vonstanding auch, jetzt ist das undodus. Wir Century Boom. Jetzt nicht mehr, wenn wir die Ecke zum T assault. Und zwar jetzt gerade werden im Interipunkt, fープened тут machen... War das jetzt! Und fertig ist das Hühnerlabyrinth. Untertitelung des ZDF, 2020